Abends Sonnenuntergang Aber müsste der Sonnenuntergang etwa dann sein, wenn der Fallon explodiert? Es gibt verschiedene Adäpfe, dann ist die Sonnenuntergang Wenn die Ausung oben ist, wird sich das so stark verändern? Ja gut, Sichthorizontfloschiert sind natürlich von etwa 60 km Ja, das ist jetzt etwas heißes in Minuten Ich lasse sie anziehen Also in 30 km Höhe oben hast du 16, 18 km Sichtweite in der Nordzone Ich habe ein Problem gelöst Ich habe das nächste Mal Das Gleise muss wieder an 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 Und das andere mit dem Licht Ja Das wirkt nicht wahr Aber wir brauchen einen Regenmacher Das merken wir, was wir mit dem Foto Das merken wir mit dem Foto Was ist das? Nachher Die Werekl佐 Ich schreibe das, ich schreibe das. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020